Hallo, ich grüße euch. Ich heiße Tobias Weimar, bin 38 Jahre alt und Pfarrer in der Matthäuskirche in Backnang. Da hinter mir könnt ihr sie sehen. In Backnang, da wohne ich auch mit meiner Frau und unseren beiden Kindern. Bei der Kirchenwahl am 1. Advent kandidiere ich für den Gesprächskreis Evangelium und Kirche für die Landessynode. Warum? Ist ganz einfach. Unser Leben ist bunt und vielfältig und genauso ist es auch unser Gott. Deswegen wollen wir von Evangelium und Kirche, dass auch unsere Kirche bunt und vielfältig ist. Mit Jungen und Alten, mit Orgel und Band, mit Armen und Reichen, mit Gemeindeprief und Online, mit liberaler Tradition, mit pietistischer Tradition. Deswegen bemühen wir uns Brücken zu bauen, damit wir alle zusammen eine bunte und vielfältige Kirche sind, die unseren bunten und vielfältigen Gott in der Welt widerspiegelt.